Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo Luzi Guten Abend Luzi Hallihallo Hallöchen Oh, was ist das denn hier? Das sind alles meine Geschenke, denn ich habe heute Geburtstag Oh, Geburtstag? Ja Bruno, das hat man einmal im Jahr und dann bekommt man Geschenke Oh, die Brille, die ist ja riesengroß Ist eine Taucherbrille, damit kann man unter Wasser alles sehen Interessant Ach Panini, das macht man doch nicht Ach Leopold, Panini kann ruhig naschen Die Torte habe ich mir zum Geburtstag gewünscht Auch die Taucherbrille, die Bücher Oh, man kann sich zum Geburtstag was wünschen? Hm Liebe Luzi, zu deinem Geburtstag kannst du dir heute von uns etwas ganz Besonderes wünschen Ich bin noch nie geflogen Ja, ich möchte in einem Flugzeug fliegen Flugzeug? Das wäre echt cool Na gut, aber erst musst du reimen Ähm Ich will noch nicht im Bett liegen, erst noch mit dem Flugzeug fliegen Wow Hey, ich fliege Oh, Luzi, sieh nur, da ist der Marktplatz Ja Und da ist mein Haus Schaut mal, wie klein das aussieht Schöne Aussicht Oh Hurra Toll, ich kann fliegen Brrrr Hey Oh weh, Panini ist schlecht Er hat einfach zu viel Torte gegessen Oh ja, das war wohl zu viel Na gut, dann landen wir jetzt Prima, Luzi Oh, danke, Muffels Das war mein schönstes Geburtstagsgeschenk Oh Armer Panini Oh je, oh je Bravo, bravo Oh, dicker Erdbeertorte Bravo, bravo Was ist denn hier los? Auf Weiharmuffels, schnell weg hier Merkwürdig Heiliger Bim Bam Nach der Fliegerei könnte ich noch ein Stück Geburtstags-Torte vertragen, Luzi Echt? Ist ja noch welche da Gute Nacht, Muffels Gute Nacht, Luzi Gute Nacht, Luzi Top, top Gute Nacht, Luzi 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 Gute Nacht, Luzi